Mein Name ist Leni-Luzi-Viedrich. Ich bin 14 Jahre alt. Unsere Schülerfirma heißt Café L'Isolée und da verkaufen wir Sandwiches und Süßigkeiten. Also angefangen habe ich mit meiner Freundin Veronika und wir haben uns halt zusammengesetzt wegen einer Geschäftsidee. Und dann dachten wir, das wäre ganz cool, irgendwas mit Essen zu verkaufen, weil das ja immer sehr beliebt ist in der Schule. Die ganzen Dinge wie Marketing, Geschäftsführung und sowas alles kannte ich halt schon vorher. Meine Eltern selber auch eine Firma haben, aber wir haben davon auch sehr viel im Wirtschaftsunterricht kennengelernt und wir mussten generell in unserer Schülerfirma natürlich auch sowas wie Marketing machen. Oder auch bin ich ja zum Beispiel die Geschäftsführung und die ganzen Dinge haben wir halt während der Schülerfirma kennengelernt. Sie haben einen Namen gefunden, sie haben das Personal eingeteilt, sie haben ihr Kerngeschäft geschärft, haben die ersten Einkäufe getätigt und haben den Probedurchlauf, also wirklich auch selbstständig veranstaltet. Von der Schülerfirma habe ich für das spätere Leben gelernt, dass man auf jeden Fall alles gut durchorganisieren sollte und auch auf jeden Fall selbstständig machen sollte. Aber auch Teamfähigkeit und Teamzusammenarbeit ist sehr sehr wichtig, dass man sich als Team versteht und dann zusammenarbeitet. und dann zusammenarbeitet und dann zusammenarbeitet. Das haben wir zwar einen Versuch, der um das Ziel vor Ort und zu einer Reihe auf dem ganzen Bereich auf dem einen Notfall das Flood und der Welle auf dem Schlag-Löden-Löden-Match-Löden-System. Und dann habe ich mich gewascheinend überall mit dem Anschluss-Löden-Löden-Löden-Löden-Match-Löden-Match-Löden-Verne in Sie